Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsenen, liebes Zürich Oberland, wir befinden uns im Endspurt für das erste Jugendfestival in der Eisholen Wetzike. Und auch unser Craftfunding-Projekt läuft noch einen knappen Monat. Da brauchen wir 10'000 Franken für Live-Acts, DJs und weitere Künstler. Es wird ein grossartiger Anlass, darum teilt doch bitte unsere Seiten und unterstützt uns. Es wird gigantisch und wir freuen uns über jeden Beitrag. Ein grosses Dankeschön natürlich an alle, die schon gespendet und gesponsert haben. Wir danken vielmals für die Grosszügigkeit.